und damit befinden wir uns in game und fangen direkt damit an sachen einzusammeln ja wunderbar und ja womit heizen jetzt am besten kommt drauf an also normalerweise mit weiteren und loks oder mit riet er geht es wir haben jetzt schon wieder vier vier büsche und du meintest die pflanzt man im waldgebiet wo soll ich die firepit hinstellen einfach in die nähe also ins nahegelegen grüne gebiet und nicht direkt bei den biflows hier so bei der grenze direkt ja so irgendwo bei der grenze aber nicht bei den biflows direkt oh man wow wow ich wollte eigentlich sagen okay vielleicht wenden wir die folge vielleicht überleben wir doch aber wow da kommt so ein großes viech es kommt näher ich glaube das macht mir ja das greift mich an ohne scheiße ja und mit der üblichen anweisung des netten fremden starten wir in die zweite staffel von ich jage vögel mit ächsen schon seit jahren mann 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 wir sind doch gar nicht so anspruchsvoll bleibst du weg ach du fackviech das greift mich echt an ich habe jetzt gerade nachgesehen ich habe einen wunderbaren kurzen delay von 15 sekunden oder so in ordnung